Hallo Freunde, heute möchte ich euch die Tore meines ersten Kunden aus Deutschland zeigen. Dies ist ein Falltor, Buch- oder Ziehharmonika-Typ, das mit meinen BFG-Mechanismen hergestellt wurde. Das ist die Abkürzung für Bifolding Gates. Die Mechanismen werden in Form von Bausätzen zur Selbstmontage am Tor geliefert. Die Montage ist sehr einfach und sogar ein Laie kann damit zurechtkommen. Ich präsentiere euch das neue Tor. Es ist komplett aus Aluminium. So etwas hatte ich noch nie. Lasst es uns anschauen. Viel Spaß beim Anschauen. Vergesst nicht zu liken und zu kommentieren. Kontaktieren Sie mich. Ich bin Ihnen gerne dabei, Falltore für Ihren Garten herzustellen. Vielen Dank an meinen Kunden Rustam aus Deutschland für das bereitgestellte Video. Das Tor ist sehr schön und ungewöhnlich geworden. Wie Sie sehen, lassen sich die Tore leicht automatisieren. Wenn Sie planen, ein ähnliches Tor für sich selbst zu bauen, müssen Sie zur Auswahl eines Mechanismus die Breite Ihrer Öffnung, die Art der Verkleidung und die Dicke der Flügel angeben. Um zu bestellen, folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung zu meiner Website. Hallo Freunde! Schön, Sie auf meinem Kanal zu sehen. Wir bitten Sie dringend, den Kanal von Alexander Ahlis zu unterstützen. Um dieses Video zu erstellen, mussten meine Kunden und ich ein wenig arbeiten. Und Sie, um meinen Kanal zu unterstützen, verwenden nur einen Finger. Bitte liken und abonnieren Sie den Kanal. Danke! Sehen Sie sich weitere Videos auf dem Kanal an.